Im Badminton kann man sich den Untergrund, auf dem man spielt, nicht immer aussuchen. Die Böden sind häufig hart, ausgetreten, beschädigt oder sogar rutschig. Die Feldmarkierungen anderer Sportarten stören. Für dieses Problem hat Diadem, eine Firma in Ungarn, eine Lösung entwickelt, die nicht nur einen besseren Untergrund garantiert, sondern auch dabei hilft, die Qualität des Spiels zu verbessern. Ihr mobiler Badminton-Kort ist schnell aufgebaut, einfach zu verstauen und kann immer wieder verwendet werden. Jeder Kort wird in vier Teilen transportiert. Sie sind in Trolleys verstaut, die sehr wenig Platz brauchen und ganz leicht von einer Person transportiert werden können. Um einen Kort aufzubauen, braucht man nur zwei Personen. Legen Sie die Matten auf dem Boden der Sporthalle aus. Richten Sie die Sektionen aus und fixieren Sie den Kort anschließend in der Mitte mit einem Klebeband. Das Diadem-System enthält einen speziellen Klebebandroller, um das Doppelklebeband exakt in der Mitte von zwei Sektionen zu verlegen. Sie sich auch verwirklichen können, wo wir Ihnen eine Fläche anbieten können, die Sie für Ihre Werbung benutzen können. Die Werbelaschen sind etwas Neues. Und das war's. Wenn der Wettkampf vorbei ist, werden die Matten und Tapes wieder entfernt, ohne dass der Boden beschädigt wird und Sie bis zum nächsten Einsatz wieder verstauen. Die Matten bieten für Spieler aller Klassen einen sofort bespielbaren, professionellen Boden, wo Sie wollen und wann Sie wollen. Sie sind tragbar und leicht. Hier noch einmal die wichtigsten Vorteile. Die Matten sind durch ihre stoßabsorbierende Wirkung gelenkschonend. Sie sorgen für einen besseren Grip. Die Linien sind klar und deutlich zu sehen. Das System ist schnell und leicht aufgebaut. Es ist tragbar und haltbar. Es ist leicht zu verstauen. Der Boden darunter wird nicht bestätigt und es bietet außerdem die Möglichkeit, zusätzliche Werbeeinnahmen zu erzielen. Wenn Sie mehr wissen möchten über die mobilen Diadem Badminton Courts, Bis zum nächsten Mal. . Vielen Dank.